So, da ist er doch. Nein, 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 nein. Ich habe, da hast du gegessen, übrigens, ich hoffe, es hat geschmeckt. Ich habe gesagt, ich würde, das ist der Lichtschwertkristall hier oben gewesen, das Holokron. Und ich habe gesagt, ich könnte da drankommen, das dauert aber eine Stunde. Und ich würde sich unglaublich länger in die, ich würde sich unnötig in die Länge ziehen. Da ist eh wahrscheinlich jetzt der letzte Pfeil, viel kommt ja nicht mehr, habe ich mir da jetzt erlaubt, diesen unsagbar genialen Lichtschwertkristall. Den hätte ich gerne in Swotor. Dafür würde ich alles in Swotor aufgehen. Ne, also, ist auch nur das, beende ich nicht. So, ja, sorry. Da muss ich ja jetzt eigentlich hinnehmen. Ich habe eine Idee, genau. Naja, wundervon habe ich noch nicht geladen, das ist heute Abend, heute Nacht. Oder morgen über den Tag, könnte ich eigentlich... Na, schau da, äh... Ihr alle habt das Imperium verraten. Wann sie euch befragen, foltern. Ihr verratet mir die Namen eurer Freunde und Verbündeten. Dann werdet ihr sterben. Unser Tod wird anderen den Weg weisen. Ihre sehr öffentliche, sehr schmerzhafte Hinrichtung wird ein Beispiel für die übrige Galaxis sein. Mit denen haben sie es schon gut hingekriegt. Es gibt vielleicht doch eine Rebellion. Lord Vader. Nehmt euch des Jungen an. Aber wen soll ich den jetzt töten? Vader oder Pelper? Ich habe dich gut ausgebildet. Aber du musst noch viel lernen. Ihr könnt mir nichts mehr beibringen. Was machst du, Vader? Der Zaun ist einfach so rückend im Spiel. Boah, schön gekonnt da wieder. Ja, ich weiß es. Du würdest Palpatine umbringen. Und ich ehrlich gesagt auch. Weil es mehr Sinn macht, so story-wise. Wenn ich dir da sage, schnell zu drücken auf dem Controller. Ich wollte schon sagen, hätte ich das jetzt gewonnen und... Ich kriege keinen Schaden dadurch. Das ist scheiße. Na komm schon, Vader. Gib mir alles, was du kannst. Du bist doch stärker als das. Ich kann nicht schnell drücken. Ja, ich kann es nicht, auch Controller. Meine Finger sind dafür nicht in der Lage. Komm, hier geht es über Witze. Die hast du doch am meisten. Was? Nee, Freunde. Nee, jetzt mal ernsthaft. Mach doch nicht sowas mit mir. Oh, ich habe mich da gerettet. Ich zeige dir. Oh. Freutchen. Gefährlich. Was? Ich war auf der dunklen Seite, als ob du das jemals getan hast. Oh, ist jetzt schon wenig Appell. Ich kann nicht schnell drücken auf dem Controller. Au, der ist halt weh, ey. Das gibt doch ich. Sie riechen doch jetzt schon einen Neuanfang. Der zertritt hier aber auch nicht um. Er will nicht, dass ich gewinne. Scheiße. Okay, dieses weit weg kämpfen hat mich echt, äh... Das war nicht gut. Warum könnte ich das hier nochmal werfen? Kann ich den da runterschupfen? Ich habe nichts mehr zu werfen, liebe Freude. Jetzt nimm das doch, bitte. Das ist eigentlich der Originalsprecher, ja, ne? Warum kann ich Wälder nicht anfließieren? Also, ich meine, jetzt geht's. Ne? Muss immer erst mecken. Boah. Ich habe gedacht, er wäre ein Abgrund gewesen. Ich habe mich schon tot gesehen. Na, komm schon, Wälder. Hättest mein Lichtschwert. Das ist doch ein schönes Kunde. Ich drücke so schnell ich kann. Na, aber schnell funktioniert. Oh, nicht so viel mehr kann hier. Jeder nimmt mich, wenn ich mich vorbereite. Und bin ich? Da bin ich. Frech ein, was du hier mit mir machst. Nein, nein. Ui, das war gut. Aber ich habe es nicht genutzt können. Ich kann nicht so schnell drücken. Ja, unfair, 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 unfair. Was, du bist der Bessere, du? Nein, 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 das wird doch, das wird doch, das wird doch. Yo. Wer wird halt nicht schwer, der G, du Arschloch. Wo ist er hin? Ach, da lag er. Ich habe keine Macht mehr. Nein, 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 nein. Ich muss treffen. Danke. Alter. Aber gemein, Wälderchen. Wie mache ich das? Wie besiege ich das? Der kriegt ja überhaupt keinen Schaden. ich habe keine abgaben ist viel schlimmer nichts wird der scheiter nicht getroffen wie besiege ich ihn das war nicht gewollt ich wollte ich habe mich hinterher das war eine schöne kommung legenden werden nicht besiegt er das dreckige kind zu überlegen was immer du willst weil einer sohn hat ihn bekehrt so viel zu legen wo bin ich denn das ist nicht gewollt jetzt wirkt er mich jetzt werde ich doch nicht zweimal jetzt müsst ihr doch bitte verhindern echt schnell drücken auf dem Tor rein oder auch was anderes anzuvisieren als wie das schlichtschwert noch an ist vernichte ihn er war schwach gebrochen vernichte ihn jetzt und komme an meine seite nein ich will er nicht Es gibt nur einen, der hier gedrückt werden muss, das ist ja nicht wahr, ich kann mal ernst. Was passiert jetzt? Oh oh, ich mag das glaube ich nicht, wo es hinkommt. Uh, aber wenn es richtig triggert, bitte bei dem Kampf gegen Vader, dann ist es ja gar nicht so anstrengend. Es ist halt nur, wenn die Zwischensequenzen nicht triggern und du die ganze Zeit eigentlich keine Chance hast zu gewinnen, weil er unsterblich ist an einem gewissen Punkt, ist der Kampf gegen Vader schwierig. Warum schon, Palpatine? Wobei, weiß ich, dass da irgendjemand außer, der doch eigentlich alle wissen, dass sie den Zeitraum haben, ja? Hier, einfach einen Schaden kriegen! Lass mich doch einfach mal aufstehen, ohne Schaden zu kriegen! Man! Oh Mann! Das war doch schon wieder, da habe ich ihn in der Hälfteap verloren, weil ich ihn gebackt war in der... Ach ja. Also, es geht nicht, die Rebellion! Nein, die Rebellion nicht geht. Mer dig nicht! das ist die optik das ist die blaue Garde das ist die roten die stärksten ich habe auch keinen Schaden was muss ich denn machen wie er schreit ist erschrecklich ich habe keine Loyalität ich bin nur einfach freiheit weil sowas gibt ich habe keine Macht jetzt habe ich natürlich wieder Macht lass mich doch bitte einmal aufstehen bevor ich wieder schank holen 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 von allen Seiten holen holen 8 oder oder Ich würde mich verarschen jetzt. Wir sehen doch bitte den, an dem vor dir steht. Bitte, bitte spiel, bitte. Boah, scheiße, ich hab schon wieder keine Macht mehr. Ihr geht, redet doch, macht bitte ein bisschen schneller. Bitte. Was soll ich denn da machen? Er steht einfach nicht auf. Die Sonne scheint. Ja, meine Güte. Er steht nicht auf. Das ist scheiße programmiert. Ja, okay, ich töte mich, ich wollte ja nicht weitermachen. Töte mich gut, danke. Habe ich schon, habe ich schon. Danke. Mein Gott, noch eins, ey. Macht der, als ob er gerade Urlaub macht, würde ich mal lieben. Hör auf, Geheu, Peppettin. Niemand mag mich. Hoffnung kenne ich nicht. Was soll ich das noch sagen? Nein. 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 Ja, das ist ja wirklich. Ich bin fast spoilerbar. Scheiße. Ah, ey. Lieber nicht an deiner Seite herrschen. Ach, die Gevox haben eine Revision gewonnen, ja. Du magst sie noch nicht, das ist alle. Wo ist er hin? Wo ist er? Ach, da steht er. Also, ja, cool. Ja, heute aber auch wirklich, ne. Wie mache ich das? Scheiße. Da habe ich eigentlich keine Macht mehr. Können Sie sich mal wieder aufrufen? Wenn ich eigentlich eindeutig daneben treffe, dann weiß ich trotzdem zehn, weil ich geliebt bin. Deine Loyalität wird mir zum Verhältnis. Was für eine Loyalität, Mann. Ich gehe jetzt schon mal allein darum, weil ich niemand mag. Steh doch bitte auf. Bitte. Bevor ich hier schon wieder auf bin, ich weiß nicht richtig. Okay, das war nicht klug. Ja, ist okay, jetzt kriege ich wirklich zu der P. wieder. Ah, ist das schön, wenn der Impicc immer weiß, wie es mir immer geht. Ach, der lebt ja auch. Oh. Der war doch eindeutig geschockt. Wie kann er sich da eigentlich umlegen? Wie viel willst du ja noch hoch heben? At dem Punkt, weißt du? Du redest das schöne Spiel, aber auch so unglaublich schön. Ey, das ist unglaublich. Und es war sehr, viel unglaublich in einem Wort. Warum reguliert meine Macht nicht wieder? Ich verstehe es nicht. Du scheiße, wie dein Vater. Scheiße, wie mein Vater. Ich kenne es meinen Vater aber gar nicht. Der hat Wälder umgescheiße. Der hat Wälder umgemacht. Wolltest du bitte angehe, wenn ich das sage? Ich habe keine Macht mehr. I'm gonna die. I'm gonna die. Ich. Ich war schon wieder gefangen in dieser Bubble mit... Ääääää. Alter. Ich habe die ganze Zeit meinen Skill gedrückt hier. Wie heißt der? Ich weiß noch nicht mehr. Den habe ich die ganze Zeit gespanned, aber er wollte einfach nicht. das war die Macht nicht regeneriert, wenn ich das brauche. Erfreie. 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 Ich habe keine Machtregeneration, obwohl ich das auch Maximum habe. Halt doch bitte an! Ich hasse diesen Gambiertschirm. Ja, werfen wir halt, während ich in eine Animation stecke das Lichtschwert in den Rücken. Fair, würde ich sagen. Fair. Entossing. Ja, werfen wir denn? Doch, was ist es? Was ist das für mich? Ich schmeiße, das ist gut... Oh weh, seid ein Blut. 1 die kilometer von ihm entfernen wer ist er kommt nicht wenn ich dieses ich stehe auf und wert dauerhaft ins sind und kann nichts machen wenn das nicht werden vielleicht gibt es ja trick aber dann habe ich ihn halt in den genauen zwölf spielstunden nicht kennengelernt aber wenn das nicht wäre dann wäre der kampf echt ein schwieriger das ist mir auch fairerweise zugestehen ok das macht ihm auch kein scharf und was ich nicht verstehe das ist meine macht nicht schnell genug regeneriert obwohl ich eigentlich alles auf dieses im kampf regenerieren gesetzt habe verstehe ich nicht so ganz warum kriegst du nichts wird keine schaden und macht doch bitte irgendwas was habe ich denn jetzt geht also er seinen schild ohne vorwarnung ist auch immer geil lass mich doch bitte nicht in der animation treffen das ist auch unfair spielen die galaxie oder meinen fittichen ist klar aber ich schnauze jetzt hier ich mach's niemals so schwach schwach mach war das wie gleich schachmatt oder wie ströger noch ich glaube das spricht man anders aus ich entschuldige mich dafür ich kann wieder nichts machen und ich habe keine macht ich werde aber von tollen wut 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 k wut 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 wie aus der reise man nicht umher wollte ich eigentlich den imperator werden oh was 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 Hier. Was? ist ja wirklich meine ich schätze ich gehe durch und es interessiert ihn ich jetzt noch mal hören ja ein kotz ich so alles hätte tun der lotto spielen würde ich multimillionär wer weiß und ich werde nicht keiner von euch idioten oder die werde nun mal wo ist hier irgendjemand jetzt nicht einfach nicht einfach nur nicht gewonnen ist alles gut aber was soll das bringen das problem ist ja nicht das auszuweichen sondern eher dass er mich anschauen nicht macht habe dann ist es nicht das problem hier das zum beispiel jetzt keine realen wagen so was ist ja schon wieder nein ach man und dann auch noch so unnötig lang gezogen es ist halt scheiße wenn nur einer von zehn schlägen die einen schaden macht und ihn trifft das ist doch scheiße ich bin gerade in einer animationen auf mich zu treffen das ist doch bullshit so kann man es natürlich auch unnötig in die dänge ziehen achte auf seine hp immer wenn die leuchtet du warst immer zu schwach für die dunkle seite ich sehe nicht ich sehe nicht wo ich hinschlage ich schweine meine gegner was soll denn das aber das spielt gut so ein level-aubstieg gemacht sind man äh ja auch schon lange nichts für Punkte da wollte ich ja nicht hingehen wo hänge ich denn wo hänge ich denn oh da bin ich reingesprungen das ist scheiße wer hat doch bitte den imperator der steht vor dir so da bin ich super langsam alter mann da bin ich ich habe die dumme Seite wie die diese die 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 Ah, schöne Kombi, die sind ja nur gegen den Müradort. So, komm her. Ich bin schon immer, meine Mutter ist, ich weiß nicht was. Wo bin ich? Achso, ich liege auf dem Boden. Ja, jetzt den Glückwunsch. Ich bin von den Wachen, die sind eigentlich nicht verwechsam. In den blauen gibt es anscheinend mehr, oder? Ist doch jetzt gut, jetzt. Warum krieg ich eigentlich keinen Komboschaden? Nein, nein. Oh, ist das schwierig. Alter, wie er heult. Kann ich gucken. Willkommen, neuer Kröling. Luna wird PNR kleiner als 3. Danke für den Follow, Luna 2. Ich bin auch in den Schätzchen. mich zu vernichten, ist dir bestimmt. Tu es. Gib dich deinem Hass hin. er ist besiegt das gut sein das ist ein trick er stärker als die art er verdient den tod für das was er mir antat vielleicht doch wenn du ihn im zorn niederstreckst bist du genau dort wo es anfing und die und die anderen hier raus ich bin gleich hinter euch eine schwäche der jenis geht schnell beschützt die senatoren war kraft kann eigentlich überleben wenn seine wüstung kaputt ist er ist tot dann ist er jetzt mächtiger als je zuvor er sollte die rebellen vernichten sein opfer jedoch wird sie inspirieren aber jetzt kennen wir sie ich werde sie jagen und sie vernichten wie ihr es schon immer gewünscht hat ein gebieter ihr müsst grausam sein lord vader wenn auch nur ein rebell überlebt wird die allianz die wir versehentlich erschaffen haben unser untergang sein sind wir bereit zu beenden was er begann dann ist nun die rebellen allianz geboren hier heute nacht wir brauchen ein banner für uns ein symbol ein symbol der hoffnung das ist der republik das ist ja schick jetzt ist er eins mit der macht ihr wusstet immer wer er war oder ich habe es vermutet warum half dir uns nach allem was wir getan hatten als er in der bar zu mir kam sah ich unter all den finsteren gedanken einen hellen fleck etwas wunderschönes an dem er bis zuletzt festhielt was euch u offensichtlich keine überraschung u offensichtlich u ey 58 tode und 11-12 stunden 5-12 stunden